Im Jänner 2023 wurde vom Stadtrechnungshof ein weiterer Fördermissbrauchsskandal aufgedeckt. Diesmal handelt es sich um den Kindergartenverein Mini Bambini. Vor allem der Chef der Wiener FPÖ, Dominik Nepp, war einer der ersten, die sich für die Ermittlungen des Fördergeldmissbrauchs und sofortige Konsequenzen stark machte. Es sei unfassbar, dass Millionen an Steuergeld vergeben werden, ohne die rechtmäßige Verwendung der Gelder zu überprüfen. Die serbischen Kindergartenbetreiber hatten insgesamt mehr als 4 Millionen Euro an Fördermittel erhalten und sich so unter anderem drei neue BMW X5 finanziert. Nepp so. Der vom Stadtrechnungshof aufgedeckte Fördermissbrauchsskandal rund um den Kindergartenverein Mini Bambini muss zu sofortigen, umfassenden Konsequenzen führen. Es ist unfassbar, dass seitens der MA10 Millionen an Fördermittel vergeben werden, aber es offensichtlich jahrelang niemanden auffällt, wenn mit diesem Geld laut Stadtrechnungshof Missbrauch betrieben wird. Einmal mehr zeigt sich, dass der für die MA10 zuständige NEOS Vizebürgermeister Wiederkehr mit seinem Ressort völlig überfordert ist, so der Wiener FPÖ-Obmann, Stadtrat Dominik Nepp. Die Abteilung Kindergärten MA10 betreibt Kindergärten und Horte in Wien und kann auch private Einrichtungen fördern. 4.173.000 Euro Barzahlungen an Bauunternehmen, Aufträge an Baufirmen, die keine Gewerbeberechtigung haben oder als Scheinfirmen eingestuft werden, keine ordnungsgemäße Buchführung, Fehler bei den Jahresabschlüssen, 2,7 Millionen Euro an Barzahlungen für die Essensverpflegung, dubiose In-sicht-Geschäfte der Betreiberfamilie, 100.000 Euro Inventarverkauf der Vereinsobfrau an den Verein. Und das ist nur ein Auszug an Vorwürfen gegen den Verein und seine Organe. Nepp hat auch nach einer internen Prüfung der MA10 verlangt. Auch der ÖVP-Landesparteiobmann in Wien, Karl Mara, übte mit Blick auf den Kindergartenskandal scharfe Kritik an der Wiener Stadtregierung unter Michael Ludwig. Der Missbrauch von Fördermitteln ist laut Mara kein Einzelfall. Die Stadtregierung habe sich langjähriger Versäumnisse schuldig gemacht. Die Causa Mini Bambini ist offenbar nur die Spitze des Eisbergs und ganz bestimmt kein Einzelfall. Fördermittelmissbrauch und mangelnde Kontrolle haben in Wien offenbar System. Am Ende bezahlen die Steuerzahler Eltern, Kinder und Pädagogen für das Kontrollversagen der Stadt Wien, kritisierte der Landesparteiobmann der ÖVP Wien, Karl Mara. Mara wies darauf hin, dass der Missbrauch von Fördergeldern über einen langen Zeitraum geschehen sei, ohne dass die Stadtregierung unter Bürgermeister Michael Ludwig eingeschritten sei. Bereits 2016 wurden Strukturen in gewissen Kindergärten aufgedeckt und mit Mafia-Familien verglichen. Hierbei ging es um Fake-Kinder, die angemeldet wurden, aber eben nicht existierten und Ausgaben in Millionenhöhe in Form von missbrauchten Fördergeldern. Als das rauskam, standen plötzlich über 2000 Kinder ohne Kindergarten da. Der eigentliche Skandal daran sind aber nicht die Geschäfte, sondern dass es niemandem auffällt, sprich nichts dagegen unternommen wird. Anstatt strengere Kontrollen durchzuführen, wurden ähnliche Fälle weiterhin vertuscht bzw. ignoriert. Eine Pädagogin, die anonym bleiben will, gab Einblick in das System hinter solchen Kindergärten. Grundsätzlich gibt es eine Hierarchie. Die Betreiber der Vereine stehen logischerweise an der Spitze. Erschreckend ist, dass man als Betreiber keinerlei pädagogische Ausbildung oder Vorkenntnisse um einen Kindergarten zu eröffnen braucht. Dies wurde mit der Eröffnung eines Dönerladens fast gleichgesetzt. Kindergärten sollten jedoch nicht aus rein finanziellen Gründen geführt werden, sondern haben einen Bildungsauftrag. Die fehlenden Kenntnisse der Betreiber kommen bei der Versorgung der authentischen Bedürfnisse der Kinder besonders negativ zum Vorschein. Zusätzlich wird offensichtlich ein falsches Spiel gespielt. Abwesende Kinder werden mit löschbaren Stiften eingetragen, um sie später wieder rauszustreichen. Es werden mehr Kinder betreut als zugelassen, Corona-Gelder wurden nicht ausbezahlt und wenn man sich als Angestellte beschwert, wird man schnell entlassen. Personal wird teilweise nicht angemeldet und Familienmitglieder wiederum, der Betreiber, werden angemeldet, aber erscheinen nie zur Arbeit. Es wird mit guten Verbindungen auch zum Magistrat geprahlt und der Betreuungsschlüssel wird nicht erfüllt, sprich zu wenig Betreuer für die Anzahl an Kindern. Der Rechnungshof hat die von der MA10 durchgeführte Kontrolle an zehn suspekten Kindergartenvereinen ebenfalls kontrolliert, da, wie aus den Berichten der mehreren anonymen Pädagogen hervorgeht, auch dem Magistrat nicht zu 100 Prozent bei der Prüfung vertraut werden darf. Vor allem, wenn einige Betreiber mit guten Beziehungen zum Magistrat 10 prahlen. Jetzt müssen die Eltern von hunderten Kindern wieder hier bei der MA10 zusehen, wo sie ihre Kleinen in Zukunft betreuen lassen können. Der ÖVP-Bildungssprecher in Wien, Harald Zierfuß, legte in der Kritik an der Wiener Stadtregierung nach. Er sagte, Kindergärten dürfen wegen dem massiven und jahrelangen Kontrollversagen von SPÖ und NEOS nicht länger Selbstbedienungsläden von einigen Familienclans sein. Es gibt viele private, vor allem große Träger, die großartige und saubere Arbeit leisten. Aber leider gibt es auch einige, die das Kontrollversagen von SPÖ und NEOS auf Kosten der Kinder schamlos ausnützen. Ein Blick in die unrühmliche Geschichte der Kindergartenskandale beschert ein ständiges Déjà-vu mit unfassbaren Parallelen und dem Vollversagen staatlicher Kontrolle. Zwielichtige Betreiber mit oft ausländischen Netzwerken zogen in Wien private Kindergartenketten hoch, kassierten Millionen Subventionen, lebten auf Steuerzahlerkosten in Saus und Braus und vernachlässigten dabei die ihnen anvertrauten Kinder und deren Eltern. Erst wenn die Skandale gar nicht mehr unter der Decke zu halten waren, traten Bürgermeister, Stadträte und Bedienstete der Magistratsabteilung 10 auf den Plan und versprachen größtmögliche Aufklärung. Im Fall Oase des Kindes zweigte sich ein Ägypter 2,45 Millionen Euro in die eigene Tasche ab. Dies fing spätestens im Jahr 2009 an, als ein Ägypter in Floridsdorf für einen Kindergarten mit Hortbetrieb erstmals die städtische Vollförderung erhielt. Schon von dieser soll er nach späterer Anklage einen beträchtlichen Teil zweckentfremdet und in eine private Islamschule umgeleitet haben. Immerhin, 2013 fielen den Behörden die Unregelmäßigkeiten auf, gestoppt wurden die Förderungen aber erst 2016. Was den umtriebigen Ägypter nicht daran hinderte, mit Strohleuten noch im selben Jahr den Verein Oase des Kindes zu gründen. Allein bis Ende 2017 kassierte der Verein von der Stadt 382.000 Euro. Als von der Staatsanwaltschaft abgerechnet wurde, soll der Ägypter 8,72 Millionen Euro an Steuergeldern von der Stadt kassiert haben. 2,45 Millionen Euro davon soll er mit seiner Lebensgefährtin privat verjubelt haben. Die nächste Bombe platzte in der Wiener Kindergartenskandal-Chronik mit der unglaublichen Geschichte um die sogenannten Islamkindergärten und deren Betreiber. Nachdem dieser zunächst in der Romanogasse in Wien-Brigittenau ein islamisches Bildungszentrum gegründet hatte, überzog er die Stadt mit Kindergärten. Entsprechende Trägervereine wurden mit Hilfe von Strohmännern gegründet. Allein das von ihm selbst betriebene Kinder-, Bildungs- und Integrationszentrum wurde binnen zwei Jahren von der MA10 mit 1,8 Millionen Euro gefördert. Zusätzlich soll er bei sieben anderen Kindergartenvereinen, bei denen er offiziell nicht aufschien, 520.000 Euro an Subventionen kassiert haben. Wie locker das Geld bei der Stadt saß, zeigt ein Nebenergebnis der damaligen Ermittlungen. So wurden auf dem Scheinkonto eines ahnungslosen Hilfsarbeiters 260.000 Euro entdeckt. Zuletzt dann der Krimi um die Wiener Mini-Bambinis, ebenfalls eine Kindergartenkette unter privater Trägerschaft eines Familienclans, der aktuell die Gemüter erhitzt. Auch hier sollen sich die Betreiber ein Luxusleben auf Kosten der Steuerzahler gegönnt haben. Auch hier bekam die Kita MA10 offenbar über Jahre nichts mit. Der Wiener Stadtrechnungshof hielt in seinem Bericht um den Kindergartenverein Mini-Bambini fest, dass er erhebliche Zweifel an einer ordnungsgemäßen Verwendung der gewährten Förderungsmittel habe und forderte die zuständige Magistratsabteilung MA10 auf, eine umfassende Prüfung der Förderungen zu veranlassen. Im Jänner hat der Stadtrechnungshof die Millionen Subventionen schwer kritisiert und die Geschäftstätigkeiten der zwielichtigen Betreiber offengelegt. Mehr als 15 Millionen Euro an Subventionen sollen zwischen 2019 und 2021 an das Familienunternehmen geflossen sein. An zehn Standorten im Stadtgebiet sollen laut Eigenwerbung 800 Kinder betreut worden sein. Tatsächlich konnten sich die Betreiber mit den Subventionen Luxusautos und Nobelimmobilien leisten. Bei üppigen In-sich-Geschäften gaben sich die Familienmitglieder gegenseitig Kredite. Laut Stadtrechnungshof hatte Mini-Bambini diverse Scheinfirmen beschäftigt. Rückzahlungen der Darlehen konnten die Prüfer des Rechnungshofes allerdings nicht entdecken. Am 27. Februar hat die Stadt Wien einen sofortigen Förderstopp für den Kindergartenträgerverein verhängt. Damit nahmen die jüngsten Ereignisse ihren Lauf. Auf Antrag eines Gläubigers wurden am Handelsgericht Wien das Konkursverfahren eröffnet. Mit 10. März wurde den zwölf Kindergärten die Bewilligung für den Betrieb entzogen. Die Eltern mussten in der Folge ihre Kinder abholen und können sich nun um einen neuen Betreuungsplatz für ihre Kinder kümmern. Die ÖVP ortet dagegen Veruntreuung und systematischen Missbrauch in einem Selbstbedienungsladen. Schließlich hat das Wiener Magistrat die Millionenförderungen für die Clan-Kindergärten von Mini-Bambini gestoppt. Dann war das umstrittene Familienunternehmen mit 10 Standorten und angeblich 800 betreuten Kindern insolvent. Aufgeflogen war der Förderskandal also im Jänner nach Prüfung durch den Rechnungshof. Die Kontrolleure kritisierten Mini-Bambini in aller Schärfe. Der teure Fuhrpark der Clan-Mitglieder fiel ebenso auf wie Bargeldüberweisungen in siebenstelliger Höhe oder dubiose Scheinrechnungen von Baufirmen, die Mittagessen für die betreuten Kinder geliefert haben sollen. Eine Sonderprüfung durch die MA10 für das Geschäftsjahr 2022 erhärtete die Verdachtsmomente zusätzlich. Zum bereits verhängten Förderstopp stellte die Stadt Rückforderungen über mehrere hunderttausend Euro. Sie bedeuteten das endgültige finanzielle Aus für Mini-Bambini. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Nach der Konkurseröffnung über die Clan-Kindergärten von Mini-Bambini in Wien wurde am Freitag die Betriebsbewilligung entzogen. Die Stadt hat damit zwölf Kindergärten von Mini-Bambini schlagartig dichtgemacht. Der Betrieb wurde mit sofortiger Wirkung eingestellt. Es war die beste Reaktion auf die Konkurseröffnung über das Unternehmen. Die Vereinsobfrau und Kassiererin, Mutter und Tochter, vermieteten etwa Räumlichkeiten an den Verein und hatten sich um 100.000 Euro Inventar ablösen lassen, dessen Angemessenheit vom Stadtrechnungshof massiv bezweifelt wird. Darüber hinaus haben sich Obfrauschriftführer, der Ex-Ehemann der Obfrau, Kassiererin, die Tochter der Obfrau, und Haustechniker, der Sohn der Obfrau, Darlehen in der Gesamthöhe von 236.000 Euro genehmigt, die außerhalb der Jahreslohnkosten verbucht wurden und damit nicht den Abzügen für Sozialabgaben unterlagen. Aufgrund mangelhafter Buchführung ohne Belege, ohne Buchungstexte und durchgehender Barauszahlungen konnte die Rückzahlung vom Stadtrechnungshof nicht kontrolliert werden. Weiters wurde das Catering für die Kindergartenkinder an mehrere mit Umbauarbeiten beauftragte Bauunternehmen vergeben. 4 Millionen Euro flossen dafür in bar. Die Unternehmen besaßen teilweise weder eine Gewerbeberechtigung und schon gar keine Gastgewerbeberechtigung und wurden vom Bundesministerium für Finanzen als Scheinunternehmen gemäß Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz identifiziert. Jetzt brauchen 800 Kinder einen neuen Betreuungsplatz. Viele wissen noch nicht, wie sie auf die Schnelle einen neuen Betreuungsplatz für die Kleinen organisieren sollen. Laut Stadt seien ausreichend alternative Betreuungsplätze vorhanden. Die Stadt versprach, betroffene Erziehungsberechtigte dabei zu unterstützen, passende neue Plätze für ihre Kinder zu finden. Für die Weitervermittlung ist die Kindergartenservicestelle in der Wilhelminenstraße in Otterkring zuständig. Laut MA10 haben sich über 200 Eltern gemeldet. Aus dem Büro von Stadtrat Wiederkehr hieß es, dass auch für die weiteren Kinder ausreichend Plätze vorhanden wären. Auch wenn die zuständige Magistratsabteilung MA10 übers Wochenende nach besten Kräften kurbelte, das traurige Ergebnis des Kindergartenskandals um Mini Bambini mit seinen 12 Standorten und 800 betreuten Kindern in Wien konnte nicht mehr wettgemacht werden. Wie viele Kinder nach der Insolvenz und der Zwangsschließung der Klankindergärten tatsächlich ohne Betreuung waren, konnte auch das Büro des zuständigen Bildungsstadtrats Christoph Wiederkehr nicht sagen. Rechnerisch müssen es um die 400 Kinder sein, deren Unterbringung völlig ungeklärt ist. Denn bislang hätten laut MA10 in den letzten Tagen nur ein Teil der Eltern einen neuen Platz oder zufriedenstellende Angebote erhalten, was immer das heißen mag. Bereits zuvor waren 136 Buben und Mädchen von Mini Bambini auf andere Einrichtungen verteilt worden. Sicher werden sich andere Eltern auf eigene Faust um eine Alternative für ihre Kinder gekümmert haben. Doch wissen tut dies im Rathaus niemand. Hier im 15. Wiener Gemeindebezirk Rudolfsheim 5 Haus kam es im Zuge des Kindergartenförderskandals um das Kindergartensystem Mini Bambini zu Hausdurchsuchungen. Drei Wohnungen, die sich im Besitz von Führungsmitgliedern der Kindergartengruppe befinden, wurden dabei gestürmt. Bei der Adresse der Kindergartenvereinschefin musste die Spezialeinheit Vega die Tür sogar mit Gewalt aufbrechen. Die Obfrau wollte der Exekutive nicht aufmachen. Bei der Razzia wurden sämtliche Datenträger beschlagnahmt. Die Kindergartenbetreiber waren im Jänner wegen ihrer dubiosen Geschäftspraktiken durch den Rechnungshof aufgeflogen. Millionen Zuwendungen sollen zweckentfremdet worden sein. Mitglieder der Betreiberfamilien sollen Gelder in die eigene Tasche gewirtschaftet und sich ein Luxusleben auf Kosten der Steuerzahler genehmigt haben. Die zuständige Magistratsabteilung 10 und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr bekamen von all dem anscheinend jahrelang nichts mit und sahen tatenlos dabei zu. Mini Bambini wurde die Betriebsbewilligung entzogen und zwölf Standorte wurden zugesperrt. Sohn der Mini Bambini-Chefin leitet nun die Firma Spieltraum. Das Unternehmen vermietet Räume für Kinderpartys an zwei Standorten in Wien. Früher war der Chef im Unternehmen seiner Mutter für den Einkauf zuständig. Als der Skandal um Fördergelder bekannt wurde, verließ er aber Mini Bambini und gründete seine eigene Firma. Doch seit Tagen wird schon über weitere Ungereimtheiten berichtet. Die Räume gab es nämlich schon vorher, angemietet und renoviert von Mini Bambini, gefördert aus der Stadtkasse. Der Kindergartenclan habe zudem dafür gesorgt, dass schon im Vorfeld viel Geld in Spieltraum floss. Laut Mitarbeitern wurde allen Kindern der monatliche Besuch bei Spieltraum verpflichtend vorgeschrieben und freilich extra verrechnet. Wie sich in den letzten Jahren gezeigt hat, sind solche Förderungsskandale bei Kindergärtenvereinen kein Einzelfall. Die Stadtregierung und Magistratsabteilung 10 Kindergarten werden sich in Zukunft Gedanken über die Evaluierung von Förderungskriterien machen müssen.